Liebe Zuschauer, heute geht es um das Thema Gantraft Auto, also GTA und hier sieht man halt das Cover und das hier ist mein Bild, was ich dazu gemalt habe, also ich habe das einfach mit Orange ummalt, weil ich habe gedacht, das passt eigentlich ganz gut. Dann sieht man hier nochmal die Five-Aufschrift, also hier die Nummer 5, weil das ist ja die fünfte Reihe oder das fünfte Game und dann sieht man hier auch schon Gantraft Auto Online, das ist ja der Online-Modus und ja, im zweiten Bild ist mir leider die Farbe ausgegangen, aber ich glaube, das passt so trotzdem. Also gut, wenn euch das Video gefällt, dann gebt doch dem Video bitte einen Daumen nach oben und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mal was in die Kommentare schreibt oder sowas, ja. Also dann, bis, dann, ja, ciao.